Was geht ab heute? Willkommen zum zweiten Teil von Schillis Deins Freund im Einsatz. Die... Nach Team Standing und... Erste Teil... Haben wir gerade eben schon gemacht. Und jetzt ist hier das zweite Teil und jetzt fick ich mal die Bullen hier auseinander. Ohhhh... Shit. Seht ihr das? Also ich sterbe nicht, bin im Test. Die können mich nicht töten, die Bullen. Die können so viel auf mich schießen. Das bringt den Null. Das ist scheißegal. What a bitch. Ganz ehrlich. Jetzt nutze ich mal hier bisschen die Panzerjahre. Haaa. Ihr seht unten auch hier die Zeit. Also... Es geht ja auch ein bisschen... Fick dich, Junge. Komm hierhin, komm hierhin, komm hierhin. Ja, komm 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 komm. Du hast so ein scheiß Glück, Alter. Ja, hau schön ab, hau schön ab, hau schön ab. Ich krieg dich eh, du scheiß Bastard. Ah, der ist weg. Haa, geil. Ja, zack. Seht ihr das? Ey, versuch der immer noch reinzukommen. Junge, du vollidiot, du kommst ja nicht rein. Scheiß. Scheiß. Oh, der hat ein Vorwärter halt so gemacht oder sowas. Ich weiß auch nicht, so weißt du. Alter. Erdhaft. Bam, bitch. Bam. Und jetzt guckt sie dir das? Ein Beispiel dafür, dass Bullen dämlich sind. Und zwar im GTA. Junge, da kommst du nicht rein, da kannst du jahrelang so tun, als würdest du da. Fick dich. Junge, weg mit dir, Alter, du scheiß Drecksack, Alter, du Pissar, du. Es gibt dir bitte deine... Bam. Bam. Also wie ihr wisst, wir... Also ich bin nicht so oft hier, also ich drehe nicht so oft hier Videos, aber heute bin ich über... bei dem CD1 und ich wollte mal heute einfach eine Folge für seinen Kanal hier drehen und ich gucke ja auch andere YouTuber und so. Und ähm... Ein geiler Gaming, also keine Ahnung von so einem anderen, ist viel Gaming TV. Also der macht zum Beispiel WWE oder NBA oder auch, ähm, er spielt auch, ähm, Battlefield Hardline, Story, ein bisschen. Ähm, also ist sehr verschieden bei denen, ähm, aber der ist richtig geil. Also sag ich ja, wenn ihr mal abchecken wollt, also könnt ihr mal machen, Drussel. Ich muss mal kurz jetzt machen, äh, komm her, Junge. Oh. Oh. Ach. 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 Komm schon. Scheiß, Tricksack. Willst du nicht? Du willst nicht? Du musst... Na egal, wir haben auch einen anderen Eingang. Also... Mann. Ich darf vorher sein, okay. Ähm... Äh... 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 Warte... Ihr hört, ich bin erkältet und das regt mich echt auf. Das... Scheiß Erkältung geht mir auf den Sack. Was soll ich machen? Oh. Was hab ich denn hier alles schönes gesammelt? Okay. Äh... Wo sind denn die Bullen hier? Shutdown vor... Einfach nicht die Zeuge hier. Was ist das hier? Ach. Ich chill mal hier ein bisschen. Boom. Haha. Wie ihr wisst, ist der Charakter hier ein Mexikaner. Seht ihr sein Obfit hier? Richtig Killer, ne? Mann, wo sind die Helis? Macht doch gar keinen Spaß hier ohne den... Ah, Freunde! Da seid ihr! Mal schießt ihn doch nicht deiner weiter noch ab. Digga, du Hundesohn, jetzt fick ich dich. Warte nur. Ah, verdammt! Foto rum. War ich denn? Ich hab doch hier... Panzerfaust. Ja, komm 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 und... Weg mit dir, Digga! Da wollte er auf dem Platz hier landen. Die... Klein Gauner hier. What's up, mein Nägel? Nein, ich bin kein Rassist, also ich hab nicht viel Schwarz. Aber... Ja, fuck ihr Freunde, kann ich dir nicht... Rausschalten, weil... Die Wand hier ist... Kannst du nicht kaputt machen, da kannst, bringt nichts. Na egal. Ich geh mal hier einfach runter, scheiß drauf. Das... Ich hol jetzt den Arsch hier von dir. Ich hab meine... Ich hab ne Idee hier. Jetzt... Mach ich mich hier rüber. Ich bin hier unsterblich. Ah, okay. Und jetzt... Ich will ja nur die Flugzeuge um sie zerstören, deswegen die anderen jucken mich hin, ich können mich abschießen. Und... Und... Bäm... Man, alter, was ist... Das wäre ja noch... Guck mal, ich boxe ihn jetzt weg. Rambo-Style! Was, äh? Denkst du bis Swat und Cool und sieh jetzt so... So voll geil jetzt. Ja, steh auf, Junge! Bäm... Uppercut in deine Fresse, jetzt hast du Kieferbruch. Was sagst du dazu? What up, bitches? Bäm... 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 Was ist der Heli hier? Ach, hinter mir. Obwohl, der ist da gar nicht. Ach, da ist er doch. Komm, 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 das ist kein Ei. Doch nicht, doch, doch, nein, nein, doch. Verdammt. Mann, ich hatte ihn doch. Warte. Schieß, Junge. Verdammt, ich hatte ihn doch. Ah, Mann, ey. Da muss man Zeit suchen. Kannst überall hin, Junge, ich krieg dich eh. Nicht. Äh, okay. Aber er hat nur Glück, dass er nicht gestorben ist. Boom, 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 boom. Und bleiben, Arschloch. So, ähm... Ich steig im Auto. Und jetzt. Komm her. Ruck ich das mal an. Ich hab's gesehen. Hier ist sogar geplatzt und mir ist nichts passiert. Guck mal, ich bin jetzt hier voller Killer. Ich war hier mit Fahrrad um. Boah, ich mach jetzt ein auf, ein auf Dings hier. Die Stands, äh, die Stands teilen und so hier auf Fahrrad und meine Pistole und so. Mich Gangster. So tötet man wohl richtig. Guck mal, die schießen die ganzen Munition hier an mich vorweg. Ne, aber töt mich eh nicht. Haha, können nicht. Ich bin halt unsterblich. Seht ihr das? Was für Headshots ich den gebe? Bäm, alter. Was? Entweder WMX Club? Jetzt kriegst du was du kriegst, solltest. Damn. Damn bitches. Boom, alter. Haha. Man macht das Spaß hier. Ja. Scheriff, was für Scheriff versteht, Scheriff. Egal. Boah. Ich balle die hier richtig werden lassen, der Eis kalt. Boah, jetzt, Christus, deine Fresse, du Arschloch. Seht ihr da, wie viele Polen hier sind, alter. Ich hab hier so viele gefühlt schon. Jetzt kriegt ihr was ich kriegen sollte. Arschlöcher. Bäm. Der da oben kriegt auch noch sein Geschenk. Was zum... So ein Vollidiot. Der schlechteste Pilot, den ich je gesehen habe. Verdammt. Ich habe Glück, dass dir da nichts passiert ist. Jetzt haut dir er weg, ne? Und die hier ab. Die letzten Spassen, ey. Ich hab keine Eier hier, alter. Weg mit dir den Spass. What the fuck did you say me? Und jetzt kriege ich den. Ah, komm schon. Nein. Runter mit dir, alter. Komm schon der Pilot auf. Der zaut er ab, sehr klar. Keine Eier. Keine Eier. Guck mal, ich schieß jetzt. Bäm. 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 Jetzt geht den Kopf. Oder so. Der Idiot, alter. Guckt auf den Boden. Na ja, was war das für ein Stein, du damit. Tja. Bulls sind halt dämlich. Okay. Oh, habt ihr das gesehen? Passiert eh nichts. Die Bitch, Die. Wie die ging es dir mal sagen. Tja. Fache ich mir meinen Baikigeheit her. L好好. schnauzige lutscher jetzt war sie wie die koma wie dämlich sie sind die fami hinterher mann 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 als ob das dir was bringen würde ihr könnt mich nicht töten versteht es doch joker tier ihr seht ja unten wir haben noch zwei minuten hier zu spielen ja dann ist auch die folge zu enden zwei minuten ungefähr ja das könnte es ja sehen und in die zeit einfach bereichert egal jetzt ich baller hier noch um töte paar hier meine r2 nähe ist wirklich so machen am meisten spaß ich fick ich immer auseinander also die gewohnt sind immer immer auf dem piloten schießen direkt das ist dann bringen die anderen eh nichts mehr weil es ja logisch fliegt gelockt flugzeug herunter und zeigt haben wir so schön feuerwerk der anderen war das gelieb weg mit dir ich bleibe auf die tja ja ja komm 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 wir seht da unten wir haben jetzt weniger als eine minute zu spielen jetzt sind es gleich noch 20 sekunden jetzt mache ich ein bisschen action schießt einfach um mich rum alter ihr seht jetzt wird die zeit droht weil wir haben jetzt noch ungefähr gleich 20 20 sekunden 19 18 17 15 ihr wixer wird auch noch getötet letzten zehn sekunden acht sieben sechs fünf vier drei zwei weltuntergang spaß ok jo Freunde das war es auch schon ihr seht man kann hier die map sehen alles was hier passiert ist da ich habe euch im ersten teil noch etwas erklärt und so wie das hier alles geht und so